Was glaubst du, Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Und zwar Leute, heute sind wir in Kölle, 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 Kölle! Was wir uns heute überlegt haben ist wir machen heute eine Street-Challenge Wir zwei treten gegen andere zwei an Der erste Kandidat, gegen den wir antreten wäre Heute ist Zählen wir runter von 3, 2, 1 2... 3... 1... Der hat nur eine Sekunde, oder was? Mach doch, zieh doch durch! Ja Bruder, ich stell' dich ab, für du kurz war's, keiner kennt dich, glaube ich? Gerd Varen Nein Spaß! Ich hab die Hälfte so auf Instagram Gerd Varen Wer ist das? Auf jeden Fall Bruder, bist du bereit? Ich bin ready Bruder Und du? Ich muss noch überlegen Man rückt sich auf meinen eigenen Kanal, denkst du? Okay, ich bin gespannt, aber ich weiß jetzt nicht wie... Aber bist du alleine oder brauchst du noch einen? Ich brauche noch einen. Ah, warte, wir holen den her. Bleib hinter uns, wir machen wieder zu. Wir holen den her. Alpha, 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 Alpha. Wallah, der Typ ist zu nichts fisch. Mach das, ich hab den. Okay, okay, auf. Oh, sorry. Und drei runter. Drei, eins, 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 eins. Auf jeden Fall, bitte schnell mal kurz vor, keiner kennt dich, Bruder. Ja, ich bin der Thomas, immer noch. Mein Alter, bist du ja noch. Bist du bereit? Übersetzt. Bin ich bereit? Ready. Ready. Okay. Die Challenge kann beginnen. Die beginnt gleich, warte kurz, wir haben kurz ein paar technische Probleme. Marius cuttet richtig scheiße, deswegen dauert ein bisschen bis die Challenge kommt, also. Nein, warte, übersetzt, wir wissen nicht, was wir machen. Wir müssen uns doch überlegen, was für Challenges wir machen. Ja eben, was wir machen. Also, das Video wird morgen weiter gedreht, weil wir wissen nicht, was wir machen. Ist grad Grillgeräusch, hörst du das auch? Hörl, 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 okay? Okay. Unsere Aufgabe an euch beide. Ja. Wir machen es radikal alle, bis einer von euch eine Handynummer bekommt. Mir egal, ihr macht es unter euch, wer fängt an. Du fängst an, weil ich habe... Es ist einer oder zwei? Nein, einer, einer von uns muss die Aufgabe übernehmen. Handynummer, Clan. Die Bursagsschiene steht immer. Rami übernimmt die Aufgabe. Für uns, holt uns den Punkt, Arminak. Wir übernehmen, Bruder, wir übernehmen, Digga, wir übernehmen. Heide, heide, komm, lass es machen, lass es machen. Cong flooriert aus Es geht. Hello, it's me ich will das sagen leute ich frage ich jetzt ob es geschafft hat wenn er ja sagt applaus wenn er nein sagt lachen wir alle aus hast du es geschafft hast du ein handy nummer ja sie wütter passiert ein freund unsere aufgabe ist ihr macht jetzt ein theaterstück der eine spielt die frau und der eine den mann wir haben auch da du keine haare hast aber welche für dich dabei auf jeden fall du spielst für uns vor wie du ein mädchen klären würdest ja okay dann habe ich jemanden als frau sogar holt die frau rein über alle blauen alle platz und wenn er kommt applaudiert macht ein gang 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 wir machen zu wenn er kommt machen wir auf 3 2 1 hier sind ein echte haare ich hab die von dein nachtisch geklaut du ziehst sie an anwand zu einer wand aber wir machen es dramatisch hollywood-like und er kommt alle kommt mit seinen brüsten so angewackelt wir machen oscar dieses erste video mit oscar du kommst her und wir reden jetzt wie du das machen sollst okay du kommst so mit dramatischer musik wie kattens per mikro ich versteckte sehr klein versteckte was soll ich zukommen nein nein wir geben die musik komisch ja jetzt wurde steht so da und du wie geht es dir alles gut und der muss auch helfe es geht der muss andere stimme haben er machte du kommst du hast und du machst es dramatisch bruder sowie geht es dir mit dem blick und so weiß nicht hey wie geht es ja okay ciao ich mach schon dramatisch okay wir sehen wie spontan pumping ist okay los bruder hast du airpods oder so warum ich mach mir so bollywood musik anders richtig in meinen filmen okay bruder okay okay wir blenden dann die musik einfach unten drunter ein die er hört kreativität mach katt ich warte bis du kattest was ein zufäll warum ich brauche was 18 was macht heute noch so um sitzen so alkohol trinken gleich und du was arbeitest du wenn ich brauche ich bin model bei heidi klum ja bei heidi klum okay vor der folgen kann körper zeigt man kann seine brüste wackeln ich trainiere schon ganz lange gefällt dir das anfassen oh mein gott fällt ja sieht irgendwie aus wie anabol aber ich weiß nicht ich bin keine anabolik ich habe vergessen mich ein bisschen zu rasieren aber das gefällt mir aber ich stehe aber nur auf härtere männer ist kein problem ich bin sehr hart das sieht aber gar nicht aus wie ich denn aus wie so ein weicher kern weicher kern innerlich bin ich weiß ja du musst mich aber so richtig anpacken junge das kann ich sehr gut machen was hältst du davon also wenn wir heute abend erstmal rauchen gehen ja aber ich will keine halben sachen ich will es richtig hart ich richtig ich will dass du so hart machst wie ramo wie ramo wer ist das mein ex aber du musst aufpassen der stalkt mich ne wie lange warst du denn mit ihm zusammen immer so ein wochending nur der stalkt dich oder wie du redest mit dem vorhin sagst du liebst mich tut mir leid aber wer bist du komm nicht zu nah komm nicht zu nah komm nicht zu nah bleib da bleib da bleib mal da komm mit wie gehen wir gehen was sie kommen mit mir ey mein anderer ex kommt dann reichs auch ich mach dir eins wer ist jihet wer ist jihet wer ist dieser jihet wo ist der du bist jihet das ist der tatzahn alle er kommt aus dem dschungel er kann doch nicht stehen hey mogli setz dich mal hin er kann doch nicht reden er kommt aus dem dschungel du hast mich enttäuscht mit wem willst du jetzt heute haben weg der mit den brüsten wackeln kann alle drei hinstellen und brüste wackeln nein verklagt mich doch da kommt der rechtsanwalt immer jetzt bin ich bleib genau wie ihr seid wir haben gerade gesehen sehr sehr schlimme situation die eine hat einfach drei echse wir werden jetzt sehen was für eine lösung sie finden auf jeden fall will sie dass sie leute jetzt ein duel machen und wer kann die brüste am schnellsten bewegen wir lassen uns einfach überraschen hat anfangen brüste wackeln er kann aber besser tanzen was für tanzen hatte ich macht ihr ein halber dann ist es doch sagen wie er die hier hinten sieht den sein ende war er wenigstens bauchtasche wollte er klauen diesen tatern überspringen wir mal richtig ein ho ein ho ist das und der wackeler hat einfach gewackelt er wackelt einfach hat hat die geklärt das war das spontanste video was wir bis heute gemacht haben wir hatten heute keine ideen was wir machen wollen deswegen auf spontan irgendwas gemacht ich hoffe das video hat euch gefallen zum kurzen video einfach nur damit ihr ein video habt für unterhaltung mal was neues bisschen spontan kommt alle rein pumping burak danke an arfa nicht ramo ok ähm das spontanste video was wir heute gemacht haben einfach so auf jeden fall checkt auf die jungs ab unten verlinkt wie war köln seid mal ehrlich mies 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 wirklich krass valla köln hier war zu heftig auch gerade die zuschauer hinter den kulissen alter aber bro respekt dass ihr nicht abgekackt seid und braun bist ein ho ramo danke für dich je hat muss je hat ohr bist du klein immer immer der kleine das war es ok köln macht mal randale komm einmal schreien KÖN TÜRKÜN ohhhh ÃH Oh, oh.